Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 16. Heute wird richtig viel geklatscht, denn ich habe jetzt alles rausgesucht, was auf dem Jagdbrett steht. Und ich glaube, da sind ganz schön schwere Sachen dabei. Ich weiß jetzt auf jeden Fall in etwa, wo alles ist. Und das gehen wir jetzt alles ab, damit ich meinen Kopf schön frei habe, um mit der Hauptquest weiterzumachen. Denn ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier alles noch geht. Und ich würde gerne so viel mitnehmen auf dem Weg, wie ich nur kann. Und hier ist erstmal unser erster Gegner. Das sind nämlich diese Gebrüder. Die sind hier am stillen Ufer. Da sind wir jetzt mal hingegangen und dann machen wir die erstmal weg. Das sind ganze drei Stück. Toll. Da werde ich doch sicher kein Problem mit haben. Es ist schön, dass ich das auch mache, wenn ich alleine bin gerade und niemanden dabei habe. Kein Joshua, keine Jill. Niemanden. Aber hey, klar. Ich habe mich bei Karan nochmal eingedeckt. Also ich habe Tränke voll. Ich habe Tränke voll. Ich mache mal ein Steinhauttonikum direkt drauf. Das ist doch... Uppsala. Wow, das war... Das war Happy Lady. So. Einmal den und... Ah, nein, 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 nein. Nicht mehr lange. Ah, ihr seid ja alle gräßlich. Nein, oh, das war... Das wollte ich nicht machen. Ich wollte das kurz machen. Das sind so viele. Das sind echt so viele. Aber nur einer hat, nur einer hat Gedöns. Nur einer hat... Aua. Da bin ich voll durchgedasht. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Sehr gut. Ich weiß nicht, wen ich zuerst weghaben möchte. Ich gehe mal auf ihn. Die machen gerade nicht so viel. Das ist ganz gut. Wenn man den... Das ist sehr gut. Dann machen wir einmal den. Oh, bitte hört auf. Oh, 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 oh. Komm, lass mich, lass mich. Sehr gut. Sehr gut. Und wir machen den. Sehr gut. Und wir machen den. Wunderschön. Und wir hauen drauf. Dass wir den großen schon mal weg haben. Wobei, die haben alle. Doch, die haben alle, oder? Warte, was? You're dead. Warte, ich muss mal kurz den machen. Okay, es ist halb so wild. Halb so wild. Das kriegen wir schon hin. Oh, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das lief gut. Oh, einer ist weg. Einer ist weg. Hau drauf. Und hau den nochmal rauf. Oh, sehr gut. So, jetzt liegt der. Ganz schön stressig. Aber einer ist weg. Einer von dreien ist weg. Das hat mir sehr geholfen. Oh Gott. Das nicht. Das nicht. Mach den. Und jetzt mach den. Okay. Okay. Der haut jetzt. Okay. Oh, das habe ich einigermaßen gesehen. Jetzt hauen wir das drauf. Wir kriegen das hin. Halb so wild. Halb so wild. Okay, nochmal. Und ja. Oh mein Gott. Das war so knapp. Wir nehmen mal einen Supertrank. Auf den Schrecken nehmen wir einen Supertrank. Boah, war das gemein. Egal, wir kriegen es hin. Oh, da wollte ich eigentlich ausweichen. Okay, okay, okay. Wir sind. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Oh. Okay, das war okay. Das war okay. Haben wir hier unseren Steinzahn her? Nee, Meteorstein. Schade. So, das. So, jetzt gehen wir nämlich. Jetzt gehen wir erstmal nach Kielbrück wieder zurück. Ja. Genau, wir gehen erstmal nach Kielbrück, weil da weiß ich jetzt, wo wir hin müssen. Und ich hätte es, glaube ich, rausfinden können. Aber ja, ich wollte schnell, schnell, schnell. Wir wissen, wie das ist. Und dann habe ich es natürlich nicht gefunden. Klar. Wieso auch? Es muss ja immer schnell gehen. Deswegen, man will ja effizient sein und in den Folgen keine Zeit vergeuden. Und dann mache ich es am Ende trotzdem. Wir müssen hier hin. Zu dem Tunnel. Da müssen wir von hier hin. Das heißt, wir müssen geradeaus durch. Eigentlich hier hin. Weil. Das kriegen wir schon hin. So, wir laufen jetzt erstmal hier lang. Und dann haben wir den nämlich auch weg. Und wie gesagt, ich glaube, die Fragezeichen-Sachen, die sind nicht so einfach. Ne, ich bin voll falsch. Ne, ich bin, ich muss nach oben irgendwie. Wir müssen doch nach oben. Wir gehen mal nach oben hier. Genau. Genau, genau, genau. Da müssen wir hin. Und wenn wir dort sind. Ne, warte. Wir müssen umdrehen. Wir müssen umdrehen. Jetzt nochmal. Wir müssen hier lang. Da. Da müssen wir hin. Okay. Dass ich das übersehe, wundert mich halt nicht. Ne? Ich war jetzt so auf Kielbrück. Aber guckt euch das an. Wie komme ich denn da rein? Muss ich doch von unten. Das, okay. Ich habe gelesen, dass das ein bisschen verwirrend sein soll. Den Weg zu finden. Müssen wir doch unten durch die Tür. Wartet. Das wird schon. Wir finden den Weg. Ich bin mir sicher. Wir müssen vielleicht doch hier lang einfach. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Ich glaube, ja. Ja. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch geradeaus durch. Guck mal, das ging doch ganz gut. Wer hätte denn gedacht, dass der hier unten haust? So am Ende ganz hinten irgendwo. Aber ja, deswegen habe ich geguckt. Dann kann ich das schon mal löschen. Dann sind es nämlich jetzt wirklich dann nur noch die schwereren Sachen, die dann überbleiben. Und da gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich muss wahrscheinlich ein, zwei Mal zu Karon gehen. Bezüglich Tränke auffüllen. Könnte ich mir gut vorstellen. Das wird nicht so einfach sein. Aber ja, gucken wir uns erst mal ihn hier an. Du versteckst dich hier auf. Ja gut. Kein Problem, oder? Halb so wild. Was ist das? Das heilige Horn. Rang B. Okay, Rang B nehme ich noch hin. Ist besser als S. Ist schlechter als S. Also ihr wisst was schmeißen. So. Was mache ich? Nein, nein, nein. Oh, was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Sachen gedrückt. Niemand weiß es. Nein, ich drücke falsche Tasten. Was tust du? Ich sehe ihn nicht. Er ist weggedodged. So, warte mal. Wir machen mal. Wir machen mal kurz den. Und dann machen wir den. Aua. Und dann, aua. Ich sehe nichts. Aber das ist halt so wild. Alles halt so wild. Wir kriegen das hin. Weißt du? Au, 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 au. Ich erkenne nicht, was passiert. Ich probiere dich denn schon wieder. Kannst du doch mal? Kannst du? Ich sehe nichts. Wir müssen den mal ein bisschen hier rauslocken. Sehr gut. Wir machen das nochmal. Dann ist er erstmal down. Nein. Oh mein Gott. Der ist doch quasi down jetzt. Mein Timing, yo. Das ist echt nicht gut. Falsche Reihenfolge. Egal. Egal. Es gibt keine falsche Reihenfolge. Wir haben ihn auf jeden Fall zur Hälfte geschafft. Nehmen wir nochmal das mit. Und dann hauen wir nochmal drauf. Okay. Oh, oh. Oh. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Egal. Egal. Ich sehe zwar nichts, aber das wird schon. Wir kriegen ihn trotzdem down. Wir kriegen ihn trotzdem. Der ist nicht mehr, der hat nicht mehr viel Leben. Der hat nicht mehr viel Leben. Gar kein Problem für mich. Oh shit. Egal. 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 Geh, 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 geh. Jetzt. Jetzt hallo. Ja. Genau das. Genau das. Okay. Wir haben einen Draum. Und wir haben einen Daumen drauf. Und dann haben wir gerade nichts zum Draufhauen. Aber wir machen den nochmal, bevor er wieder aufsteht. Dann machen wir den. Und dann haben wir ihn fast. Dann haben wir ihn fast. Uff, das war nett. Und irgendwie süß von ihm. Okay, wir haben ihn. Halb so wild. Das ging doch voll schnell. Ich habe nicht mal viele Tränke gebraucht, glaube ich. Und es gibt gut Ruf. Ruhm? Ruhm. Ruf. Ihr wisst, was ich meine. Rotlegierung. Das ist alles nicht das. Das sind bestimmt die Fragezeichen. Das sind die Fragezeichen. Das sind die Fragezeichen-Monster. Es sind bestimmt die Fragezeichen-Monster. Ich sage es euch. So. Dann gehen wir mal nach dem ersten gucken. Und zwar. Das war nämlich. Ja. Gucken wir mal, ob wir das finden. Ich habe hier in mir einen Screenshot gemacht. Da müssen wir, glaube ich, wieder zu Marthas Rast. Gehen wir mal da hin. Ich glaube, es hieß, das ist näher dran. Da müssen wir ein Stückchen laufen. Aber ich mache mir eine Markierung. Ich mache mir eine Markierung. Genau. Wir müssen da hin. Da so. Also da. Da. Wir machen mal da. Dann müssen wir einfach hier lang und dann geradeaus durch. Das ist dann Nummer eins. Wenn ich mit dieser Barrikade fertig bin. Das sind drei. Das sind drei, glaube ich. Wir haben ein bisschen was vor uns. Aber mit Glück reicht die Folge. Wenn ich nicht sterbe. Ich sehe es schon mittlerweile, dass es nicht mehr lange braucht, bis ich das erste Mal sterbe. Also so richtig ohne. Ohne diesen gemeinen einen Angriff von Dion. Der war fies. Den zähle ich nicht. Den zählt niemand als echten Tod. So. Jetzt machen wir hier wieder ganz schnell. Schön, wie sich hier aber auch die Umgebung verändert, seit jetzt alles akarsig geworden ist. Mit den ganzen Barrikaden und sowas. Um Marthas Rast zu schützen. Das finde ich ziemlich cool. So. Ihr interessiert mich auch nicht. Wir müssen hier eigentlich... Ne, falsch. Oh Gott. Wir müssen jetzt hier lang. Moment. Wir sind voll falsch. Ich passe schon wieder nicht auf. Ja, jetzt sind wir ziemlich richtig. Hoffe ich. So. Einmal hier lang. Oh. Oh. Da lang. We can do it. Ja. Okay. Ach stimmt. Das ist der Ort mit Bernard. Wo seine Eltern gelebt haben. Ich erinnere mich. So. Ihr lasst mich jetzt mal bitte alle in Ruhe, die hier hinter mir seid. Wir müssen hier durch. Christ. 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 Ja, durch. Ich hoffe, das überleben wir. Nein. Ihr lasst mich. Ich will nur gerade... Oh, bin ich langsam. Oh, bin ich langsam. Lauf. Gleich. Lauf um dein Leben. nur um es dann zu gefährden, weil du hier einen bösen Gegner machen möchtest. So. Wir schleichen uns hier vorbei. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Nein. Keine Zeit zum Kämpfen. So. Wir wechseln mal zu Feuer direkt. Wir sind jetzt nämlich... Wir sind jetzt da. Genau. Wir sind jetzt da. Ich mache mal die Markierung weg. Die ist irritierend. So. Da ist unser Gegner. Wow. Das ist ein S-Gegner, ne? Sieht man schon. Ich glaube schon. Ich glaube, der ist schwierig. Ich möchte kurz gucken, ob hier vielleicht noch ein Trank liegt. Den ich mir nehmen kann. Nein. Ach, komm. Die erinnern mich irgendwie an Kingdom Hearts. Atlas. Ich weiß nicht, warum. Die geben mir irgendwie so eine Vibes. Okay, der ist schwer. Ich will trotzdem da das Item. Oh Gott. Help. Mist. Oi, 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 oi. So. Okay, warte. Warte, warte. Oh. Ich würde gerne erst mal kurz den machen. Wir nehmen mal einen Heiltrank. Vorsichtshalber. Und ich möchte einen Steinhaut-Tonicum mal einwerfen. Und dann haben wir schon die Hälfte von seiner Gedöns. Okay, das ist gut. Das ist gut. Ich weiß nicht, was er macht. Oh ja, den war... Au! Nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. Mist. Mist. Wir heilen uns nochmal. So, wir hauen den nochmal drauf. Weil der macht immer gut Leiste weg. Wo ist er? Oh. Okay. Okay. Wird, 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 wird. Wird, wird, wird. Wird. Ich bin guter Dinge. Wir haben es fast. Aua. Oh. 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 Okay. Wir haben es. So. Wir hauen den wieder drauf. Wir hauen den wieder drauf. Was anderes doch. Wir können den machen. Und wir können den machen. Und danach haben wir einen dritten von seinem Leben abgezogen. Das wird anstrengend. Das ist schon anstrengend. Aber das wird wahrscheinlich nicht besser. Oh. 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 Okay. Okay. Uh, 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 uh. Ich hab keine Ahnung, was er tut. Interessiert mich nicht. Wo ist er? Okay. Okay. Ja, ja, ja. Wir machen nochmal den drauf. Wuhu. Wird schon. Ich bin guter Dinge. Wir haben die Hälfte. Fast. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt haben wir die Hälfte. Nochmal ehrlich, da bitte. Puh. Oh, okay. Nein, das soll ich mir raus. Da muss da... Nochmal! Da macht er noch irgendwas. Warte, warte, ich seh dich nicht. Kacke. Ich seh nicht. Ich seh doch gar nichts. Au, au, oh. Das hab weh getan. Nochmal ein Heil-Twein. Einfach nur zur Sicherheit. Ähm, wir machen nochmal den. Oh, sehr gut. Sehr gut. Wir haben fast die Hälfte seines Lebens. Oh, das ist so stressig. Don't be like this. Ich hab... Ich... Nein. Ist egal. Wird schon. Nochmal... Noch schlagen wir uns. Gut. Wollte ich fast sagen. Oh, oh. Oh, okay. Das war dumm. Ich hab... Ich war grad kurz gelähmt und wusste nicht, was ich machen soll. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Da war ich kurz verwirrt. Wir nehmen noch einen Trank. Wir haben noch genug Tränke. Um das zu schaffen. Au. Au, au, au. Au, au, au. Okay. Okay. Drauf. Kriegen wir. Kriegen wir. Kriegen wir hin. Wo ist er? Huh. Wo ist er? Was tut er? Oh mein Gott. Ich würde... Ach, kurz Pause. Ich muss... Ach. Kurz. Oh. Okay. Sehr gut. Wir machen den nochmal drauf. Wir machen den. Okay. Den... Oh nein. Kacke. Da war er schon weg. Oh. Das hat mich nicht getroffen. Das ist ganz gut. Wo bin ich? Ach, Mann. Nein. Oh, oh, ah, oh. Okay. Das hat als Ausweichen gezählt. Das ist sehr nett. Ich warte jetzt wieder auf meine Irrlichter. Aua. Noch ein Heiltrank? Ich hab... Oh mein Gott. Bitte. Don't. Wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Jetzt. Mach doch deinen Angriff, du. Ich drück hier Tasten und der macht alles nichts. Oh. Ich glaub, danach sollten wir zu Karon kurz gehen. Und uns nochmal eindecken. Komm. Los. Stuck. Oh. Gut. 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 Ja. Ja. Eine haben wir. Eine haben wir. Was kriegen wir von dir? Wir haben ein Level ab. Oh. Super. Super. Das ist voll gut. Stufe 41 sind wir. Da ist Orika. Oh. Okay. Okay. Das ist schon mal eins. Wir brauchten noch mehr. Aber das ist schon mal der richtige Weg. So. Wir haben zwei Stück noch. Das eine ist Kielbrück. Nee, gar nicht. Den haben wir schon gemacht. Ich hab das falsche Bild gelöscht. Es tut mir leid, oder? Nee. Ist es nur noch ein Monster? Hab ich mich verzählt? Haben wir nur noch eins? Hab ich mich verzählt? Möglicherweise hab ich mich verzählt. Wo ist das? Bei Drachen? Okay, warte. Ja. Ich weiß wo. Ich weiß in etwa wo. Ich muss nur gucken, wo die Map dafür ist. Äh, warte. Da müssen wir raus. Ähm. Da war es nicht. Vielleicht war das hier. Äh. In welche Richtung? Es könnte hier irgendwo gewesen sein. Ich glaub, es ist so ein Breg. Oder? Jetzt. Ah, hier. Hier, warte. Oder? Wir gehen von hier, glaub ich. Ja. Ich glaub, hier ist das Richtige. Und dann kriegen wir heute alle Jagdziele hin. Ich war jetzt nicht bei Karon. Meint ihr, schafft das auch so? Wie viel haben wir denn noch? Zwei so... Wir sollten... Es tut mir leid, wir müssen hier hin. Wir gehen doch mal vorher kurz zu Karon. Ich weiß, ich weiß. Aber ich fühle mich sicherer, wenn ich es gemacht habe. Vielleicht können wir uns sogar schon ein Rüstungsteil herstellen. Was uns hilft. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich hoffe. Ich glaube, hier lag sogar noch ein Brief für mich. Ja. Können wir vielleicht den nochmal bei Gelegenheit jetzt, gerade wo wir hier sind, uns angucken. Dann vergesse ich den nicht so schnell. Vielleicht ist der wichtig. Die Zeiten sind hart. Ja, die Zeiten sind sehr hart, wenn man fette Monster klatscht. So. Fünf davon. Zwei davon. Zwei davon. Eins noch. So. Können wir was verkaufen? Nö. Dann kurz Schledorn hallo sagen. Schledorn, was hast denn du? Nö. Kann ich mir was machen jetzt? Nein. Was brauche ich denn? Fleckiger Lendenschurz. Den kriegen wir dann doch bestimmt jetzt, oder? Was war das hier? Ich brauche halt nochmal Orig... Hä? Okay. Anscheinend haben wir noch nicht alle Monster, die wir brauchen, freigeschalten. Das kann natürlich auch sein. Nö. Ich gucke gleich nochmal aufs Brett, ob wir dann alles haben. So. Besser als jede Heilung. Ist das von Taya? Ja. Danke, dass du mir dabei geholfen hast, meinen Mentor von seinen Qualen zu erlösen. Entgegen der langläufigen Meinung sind wir Heiler nicht allmächtig. Es ist mir nicht vergönnt, jede Krankheit zu lindern, jede Wunde zu heilen und jedes Leben zu retten. Die einzige Medizin, die einen sicher wieder nach Hause bringt, ist Vorsorge. Aber natürlich wird dieses Wissen keinen von euch davon abhalten, für ein paar Behemoth Zehennägel sein Leben aufs Spiel zu setzen. Taya. Das hat sie schön gesagt. Da kommt noch eine Quest, oder? Oder ist das eine... Da war so ein Quest-Logo. Ist das quasi, weil das ein Brief bezüglich der Quest war, die wir gemacht haben, oder kommt da noch eine Quest? Ich glaube ersteres, hoffentlich. Ich mache jetzt hier Sachen, damit ich in der Hauptquest weiterkomme. Ich will jetzt keine Nebenquests mehr freischalten. Ich will Hauptquesten gleich. Also in der nächsten Folge. In dieser Folge schaffen wir es leider nicht mehr. Aber dann haben wir alles aufgeholt, was ich die ganze Zeit habe schleifen lassen. Und ich finde, das ist auch ein großer Erfolg. So, wir gucken mal. Ja, es ist nur noch eins. Tatsache. Okay, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn, 15, 20. Soweit ich weiß, gibt es 32, wenn ich das richtig gelesen habe, bei meinen Recherchen zu diesen Monstern. Das heißt, zwölf Stück fehlen uns dann noch. Aber dann haben wir jetzt schon mal irgendwie fünf, sechs Stück gemacht. Und müssen wir uns um die keine Gedanken mehr machen. Ich finde, das ist gut. Dann haben wir noch zwölf Stück vor uns, die wir aber erst mal freischalten müssen. Und das kann ja noch einen Moment dauern. Mal gucken, ob ich am Ende alle mache im Let's Play. Es wäre cool. Also, ich würde mir wünschen, dass wir alles schaffen. So, wir müssen einfach quasi hier lang. Einfach der Straße folgen. Theopraktisch, wenn ich das richtig sehe. Oder? Nö, fast. Ein bisschen da lang. Wir gehen mal da querfeldein. Vielleicht da lang sogar. Da lang. Ich glaube, das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Wir haben Tränke. Wir haben Steinhautonicum, das ich direkt benutzen werde, glaube ich. Ich kann mir nämlich vorstellen, ich glaube, ich habe ein Bild gesehen aus Versehen. Als ich danach gegoogelt habe. Und das sah nicht so einfach aus, vom Bild her. Aber es sah cool aus, wenn es das ist. So, wir sind auf jeden Fall richtig. So, wir dürfen jetzt wahrscheinlich gleich absteigen. Psst. Wir müssen bis ganz nach hinten. Und dann haben wir es. Ich bin wirklich glücklich, dass wir das dann geschafft haben. Alle, allen Ballast haben wir dann abgeworfen. Und was gibt es Besseres? Es fühlt sich nichts besser an, als wenn man alles erledigt hat. So, wo bist du dann? Okay. Gibt es S plus auch oder so? Guckt euch das an. Guckt ihn euch an. Er sieht aus wie Safi Jeeva. Kennt ihr den? Svarok. Es sieht aus wie Safi Jeeva. Aus Monster Hunter World. Aceborn war es, glaube ich, ne? Also, ja. Wow. Stufe 50. Ich weiß noch nicht, ob wir hier sein sollen. Wir probieren es. Es kann sein, dass ich jetzt sterbe. Der ist Stufe 50. Oh mein Gott. Oh, Holy. Ich habe Angst. Lass, 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 lass. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ah. Mache ich dem Schaden? Oh, nee. Der sieht halt wirklich aus wie Safi Jeeva. Ich bin ein bisschen, ein bisschen überrascht. Aber doch, ich mache ihm Schaden. Ich mache ihm Schaden. Oh Mist, kacke. Der war verbraucht. Der war verbeutelt. Wo, wo, was, 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 was? Ja? Ja, ja. Mir geht's gut. Oh, oh, oh. Mir geht's gut. Wir hauen einfach drauf. Wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Und jetzt warten wir auf unsere Irrlichter. Wuh. Wuh. Jetzt. Au. Oh, haha. Oh, haha. Okay. Wir haben ihn fast zur Hälfte mit der Gedönsus. Das ist gut. Oh, da ist er angeflogen gekommen. Das ist, der ist cool. Der ist ultra schön. Oh, ich mag ihn. Und er liegt da. Schön auf dem Kopf. Diesmal kriegen wir es. Sehr gut. Oh, das hat da. Au. Wir machen mal kurz den da. Auch wenn ich ihn nicht unbedingt brauche. Ich fühle mich gerade ganz wohl damit. Wir haben noch Tränke. Wir haben Tränke. Wir haben Tränke. Was machst du? Ja? 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 Au. Okay. Wir haben nochmal einen Steinhaut-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm-Turm. Wir haben uns hier ehrlich damit. Schön. Macht aber Spaß. Macht aber Spaß. Oh, wir haben ihn gebrochen. Wir haben ihn gebrochen. Das heißt, wir hauen hier mit drauf. Wir hauen hier mit drauf. Wir hauen hier mit drauf. Und wir hauen hier mit drauf. Los. Mit allem, was wir haben, hauen wir jetzt hier drauf. Das ist machbar. Das ist voll machbar. Wir müssen uns nur zusammenreißen. 60.000 Schaden. Oh, der ist gemacht. Ich bin so krass. Irrlich dann? Sehr gut. Also, für den Kampf sind die gut. Muss ich sagen. Ich bin sehr froh, dass ich sie habe. Drachentanz. Was bedeutet das? Ach, das war das. Ja? Ja? Ausweichen. Nochmal. Nochmal. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob er es nochmal machen will. No more. Das hat mich so ganz getroffen, glaube ich. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Uh, uh. Au. Das hat noch. Das hat noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Heil. Heil. Ah. Ah. Super frei. Alles. Alles. Das. Jetzt habe ich ein bisschen viele Tränke verbraucht. Das war gruselig. Da musste ich ein bisschen mehr Timing für bekommen. Damit es was wird. Aber ja. Das kriegen wir schon hin. Da müssen wir nur ein bisschen durchlaufen. Und uns nicht treffen lassen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ein bisschen nach hinten. Sehr gut. Okay. Wir machen kurz den. Wir haben ihn zur Hälfte wieder. Oh. Ehrlich da los. Okay. Okay. Und den. Okay. Gut. 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 Wir haben ihn fast zur Hälfte. Es ist möglich. Es ist möglich. Ich muss jetzt nur auf meine... Was machen seine Beine? Das ist ja süß. Wir müssen auf unsere Tränke aufpassen. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Okay. Okay. Da ist er wieder angeflogen gekommen. Wir kriegen das hin. Wir kriegen den hin. Gar kein Problem. Wir machen den. Und holen die Ehrlich da raus. Direkt bitte. Und dann hauen wir drauf. Dann hauen wir drauf. Und zwar damit. 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 Und damit. Komm. Oh. 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 Okay. Wir haben über die Hälfte. Wir haben über die Hälfte. Wir haben über die Hälfte. Das wird. Das wird. Leute. Ich schaff das. Das wäre so traurig, wenn ich das jetzt noch verkacken würde. Nein. Mach doch den jetzt nicht. Scheiße. 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 Ja. Nein. Kacke. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Nein. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hätte einen Trank nehmen sollen. Oh. Wie ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Okay. Mit der Folge sind wir aber durch. Ich will gucken mal. Ich würde sagen, wir probieren das in der nächsten Folge nochmal. Und danach machen wir die Hauptquest weiter. Den würde ich gerne schaffen. Der ist machbar. Der ist so machbar. Ich hab nicht aufgepasst. Hätte ich meine Irrlichter gehabt, wäre das nicht passiert. Okay. Das ärgert mich jetzt sehr doll. Sehr, sehr, sehr doll. Aber ich werde jetzt ein Päuschen machen. Und dann nochmal frisch an die Sache rangehen. Und dann wird das ganz bestimmt. Aber wir haben über die Hälfte abgezogen. Also der ist gar nicht so schlimm. Mich war jetzt nur halt einfach zu hektisch. Und hab Tasten nicht gedrückt. Gut. Ja. Aber ich bin sicher, in der nächsten Folge schaffen wir den. Gut. Dann danke ich hier. Allen fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüssi. Tschüssi.